Seid ihr am Wassersport interessiert? Kennt ihr Kanu 2.0? Nein? Nein, kann auch gar nicht sein, weil Kanu 2.0 hat nichts mit Wassersport zu tun, sondern da geht es um die Zukunft unserer Gasnetze. Und zwar gibt es da eine neue Regel, die von der Bundesnetzagentur erlassen wurde und die wollen wir uns im heutigen Video mal ansehen, verbunden damit die Entwicklung des Gaspreises und im Gegensatz dazu die Betriebskosten von Wärmepumpen, die ja auch unter den Regelungen des § 14a Energiewirtschaftsgesetz sich deutlich verändert haben und wir wollen heute einfach nochmal einen kleinen Preisvergleich anstellen, was es bedeutet, jetzt auf eine Gastherme noch zu setzen oder jetzt auf eine Wärmepumpe zu setzen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert den Kanal, nach dem Intro geht es los und damit Moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Kanu 2.0 hat also nichts mit Wassersport zu tun, sondern es heißt kalkulatorische Nutzungsdauer und dabei geht es einfach darum, dass die Bundesnetzagentur den Gasnetzbetreibern jetzt erlaubt, flexibler mit der Abschreibung ihrer Gasnetze umzugehen. Normalerweise werden solche Gasnetze über 40, 50 Jahre abgeschrieben und gerade in den 90er Jahren wurden explizit in Ostdeutschland die Gasnetze erneuert und jetzt geht es halt darum, dass die auch bis 2045 oder sogar 2035 abgeschrieben werden können und der Grund ist, dass halt immer weniger Gasverbrauch herrscht in der Bundesrepublik Deutschland, weil halt viele auf Wärmepumpen umsteigen, auch wenn das jetzt zur Zeit vielleicht ein bisschen ein schlechteres Jahr war, aber der Verbrauch von Gas nimmt einfach ab. Analysten gehen davon aus, dass bis 2030 ein Drittel des Gasverbrauchs reduziert werden könnte und das bedeutet natürlich, dass die Kosten der Infrastruktur und der Gasbeschaffung auf immer weniger schultern lassen und deshalb sagt man jetzt, man will das Ganze beschleunigen und dadurch mit höheren Netzentgelten für das Gasnetz jetzt noch eine größere Masse quasi damit belasten, also die Kosten auf mehr Schultern verteilen, nicht, dass dann am Ende die Letzten dann alles zahlen müssen, was noch übrig ist und Fakt ist ja, das Gasnetz wird zurückgebaut werden, insbesondere im kommunalen Bereich, da wo die Verteilnetze sind zu den Haushalten, da wird einiges stillgelegt. Die zentralen Netze sollen ja für Wasserstoff fit gemacht werden, aber wenn es dann kleinadriger wird, dann soll wahrscheinlich da sehr viel stillgelegt werden, also die Hoffnung, die Gastherme irgendwann mit Wasserstoff zu betreiben, doch eher gering. Und das schreibt auch die Bundesnetzagentur ganz klar in ihrer Pressemitteilung, die ich euch natürlich unten im Video verlinke. Und jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wenn ihr jetzt vor der Wahl steht, Wärmepumpe oder Gastherme, dann hieß es ja bisher immer, ja, nimm einfach mal den Gaspreis mal drei und dann weißt du, was dein Strompreis kosten darf. So einfach ist es aber nicht mehr. Wir wollen uns heute die aktuelle Rechnung mal ansehen und im Vorfeld schauen wir uns erstmal an, was sind denn eigentlich die Preistreiber beim Gas in den kommenden Jahren. Ja, zum einen halt die von mir schon erwähnten steigenden Netzentgelte, die können ab 2025 von den Netzbetreibern erlassen werden und das ist natürlich ein Punkt, wo dann der Gaspreis steigen könnte. Zurzeit sind wir da bei 1,64 Cent, glaube ich, pro Kilowattstunde Gas und es kann sein, dass das bis zu 50% teurer wird. Da wären wir dann also bei 2,5 Cent, da wären wir locker bei 0,8 Cent, die es teurer wird. Muss es nicht, muss es auch noch nicht 2025, wird aber sicherlich bei allen Gasverteilnetzbetreibern irgendwann kommen. Ja, der zweite Punkt ist natürlich die CO2-Bepreisung, die bis 2026 jetzt noch moderat steigen wird und ab 2027 dann in den europäischen Zertifikatehandel übergehen wird und je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, geht man davon aus, dass der CO2-Preis, der jetzt bei 55 Cent ist oder 50 Cent sind sie, glaube ich, dieses Jahr, der kann dann auf bis zu 300 Cent steigen pro Tonne CO2, die durch Gasverbrennung verursacht wird und da reden wir dann schon von einigen Cent, die das Gas teurer wird. Dann kommen dazu die Beschaffungskosten, die sind ja auch nicht einfacher geworden, seitdem die Pipelines aus Russland nicht mehr liefern und jetzt das Ganze über LNG-Terminals mit Fracking-Gas aus den USA oder anderswo hergeht, da sind natürlich die Beschaffungskosten und die Beschaffung nicht einfacher geworden und für je weniger Leute man das macht, also je weniger Gas quasi beschafft werden muss auf diesem komplizierteren Wegen, desto teurer wird die ganze Geschichte natürlich auch. Und dann gibt es ja auch noch die Verpflichtung, wer ab diesem Jahr seine Gasthermer eingebaut hat, der muss ab 2030 in Stufen einen Anteil von Biogas mit beimischen, ab 2030 sind es 15% und das steigert sich dann über die Jahre und wird dann immer mehr und was ist Biogas? Biogas ist ein knappes Gut, wir benutzen es zur Zeit hauptsächlich zur Stromerzeugung und da ist es auch wichtig, weil es quasi verlässliche Grundlast liefert und Biogas zum Verfeuern, ja, wenn viele das brauchen irgendwann und es ist knapp, dann wird es natürlich eins, es wird teurer, das sollte auch klar sein und je mehr davon gebraucht wird, desto teurer wird es natürlich, auch die Industrie verbraucht Biogas und das ist natürlich dann ein Wettbewerb mit den privaten Haushalten, die dann auch darauf angewiesen sind und schon jetzt kann man ja gucken, Erdgasanbieter mit Biogasanteil, die sind mal locker 1-2 Cent teurer als der Durchschnitt und da liegt man dann schon bei 11-12 Cent, wenn man das Gas jetzt schon mit Beimischung von Biogas haben will. Auf der anderen Seite bedeutet natürlich auch, dass der CO2-Preis wieder ein bisschen sinkt, aber insgesamt, weil man ja nicht so viel Erdgas verbrennt, sondern auch einen Anteil von Biogas, aber insgesamt wird die Sache trotzdem teurer. Ja und es gibt jetzt schon Analysten, die sagen, der Gaspreis wird bis 2030 doppelt so teuer, wie er heute ist. Okay, das waren jetzt aber auch Analysten, die wirklich im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind, da muss man dann immer auch die Frage stellen, ob das wirklich so real ist, aber wir dürfen uns alle relativ sicher sein, bis 2030 wird Gas spürbar teurer werden, auch Strom wird sicherlich noch teurer werden, aber nicht in dem Maße, wie es beim Gas sein wird. Ja und in dem Zuge möchte ich doch einfach mal eine aktuelle Rechnung aufstellen, was kostet mich eigentlich Wärmepumpenstrom und da nutzen wir die Möglichkeiten, die uns der Paragraf 14a Energiewirtschaftsgesetz liefert und hier möchte ich mich speziell auf das Modul 2 beziehen. Das ist ja das Modul, wo man pro Kilowattstunde, die man mit seinem steuerbaren Verbraucher, Wärmepumpe, Wallbox fürs E-Auto, Speicher oder Klimaanlage verbraucht, 60% aufs Netzentgelt einsparen kann. Dafür braucht man aber einen zweiten Zähler. Auf die Finanzierung gehe ich noch ein. Ich will jetzt erstmal die reine Strompreisrechnung aufstellen. Dazu nehme ich unseren Strompreis und den können wir uns mal kurz ansehen. In diesem Jahr, wo wir da liegen, wir sind ja beim dynamischen Strompreis mit Tibber, dem norwegischen Anbieter. Wenn ihr aufwechseln wollt, Link ist in der Videobeschreibung und ihr bekommt eine Gutschrift von 50 Euro auf den Tibber Store, wenn ihr unseren Link benutzt und auch wir bekommen eine kleine Gutschrift und wir gucken jetzt mal rein, was kostet uns denn der Strom in diesem Jahr. Und dafür habe ich mal wieder unser kleines Excel-Sheet rausgeholt, wo ich eigentlich alles zusammenfasse, was unseren dynamischen Strompreis angeht. Wir haben hier die Monate, daneben haben wir die Verbräuche in Kilowattstunden, die wir aus dem Netz gezogen haben und wir haben die Kosten rein für die Kilowattstunde, den Arbeitspreis, den wir bezahlt haben. Unten haben wir noch die Grundgebühr stehen von 17,11 Euro, die wir im Jahr zahlen. Dann haben wir die Kosten pro Kilowattstunde im Durchschnitt für den Monat. Dann habe ich nochmal daneben geschrieben, die Einspeisevergütung, die wir bekommen. Also hier einmal die Menge der eingespeisten Kilowattstunden mit der PV und die Vergütung, die wir dafür bekommen. Und dann habe ich mal so eine Gesamtbilanz erstellt, was uns eigentlich Energie kostet. Einspeisevergütung bei uns 10,12 Cent. Und ihr seht, seit Mai haben wir eigentlich keinen echten Stromverbrauch mehr. Hier, wir zahlen hier wirklich die Tritinsche Kugel Eis im Monat für unsere Energie. Und noch dazu speisen wir ja ein und bekommen dann auch noch ordentlich was raus. Und man sieht hier, wir haben in diesem Jahr bisher 118,68 Euro für Energie bezahlt. Und insgesamt eine Einspeisevergütung bisher von 674,46 Euro erwirtschaftet. Mit 6.662 Kilowattstunden, die wir eingespeist haben. Wir haben einen Durchschnittspreis in diesem Jahr von 28,43 Cent. Der wird sich noch marginal ändern. September, Oktober wird er sich noch so halten. Und November, Dezember wird er vielleicht noch ein bisschen hochgehen. Aber er wird so in dem Bereich liegen, was wir mit dynamischen Strompreisen erzielt haben. Und wir haben 793,14 Euro an Kosten dieses Jahr für die Energie gehabt. Und verbraucht aus dem Netz 2789,43 Kilowattstunden. Und die 28,43 Cent, die sind jetzt die Grundlage dafür, dass ich unseren Wärmepumpenstrom mal berechne. Ich nehme also die 28,43 Cent und blicke ins Jahr 2025. Da gibt es eine Neuerung. Und zwar gibt es ja die sogenannten Wälzungen der Entgelte. Die Bundesnetzagentur will die Entgelte über die ganze Bundesrepublik gerechter verteilen. Wir zahlen hier zurzeit 12,73 Cent Netzentgelte. Das ist fast das Doppelte vom Bundesdurchschnitt. Weil wir halt hier viel erneuerbare Energien haben. Wir haben insbesondere viel Windkraft. Und zwar da, wo es vorher noch keine Kraftwerke und demnach auch kein Stromnetz gab. Das heißt, das Stromnetz musste erstmal ausgebaut werden. Der Norden ist eine relativ dünn besiedelte Gegend. Das heißt also, die Kosten wurden auf relativ wenig Leute verteilt. Genau das, was ich eben mit dem Gasnetz gesagt habe. Das Problem haben wir hier auch. Deshalb teure Netzentgelte. Und das soll jetzt ein bisschen ausgeglichen werden. Denn ich gehe jetzt mal in guter Hoffnung davon aus, dass unsere Netzentgelte um ungefähr 30 Cent reduziert werden. Am 1. Januar 2025. Und das bedeutet, ich sage mal, wir ziehen mal von den 12,72 Cent einfach 3,72 Cent ab. Und zahlen dann noch 9 Cent Netzentgelte. Das ist immer noch über dem deutschen Durchschnitt. Aber für uns doch schon eine deutliche Erleichterung. Die ziehe ich einfach mal ab von den 28,43 Cent Strompreis. Und dann sind wir bei, ich rechne es gerade hoch, 24,71 Cent. Das wäre dann der Betrag, den wir quasi als Strompreis auf der Stromrechnung hätten, als Arbeitspreis. Und jetzt gehe ich ins Modul 2 rein. 60% von diesen 9 Cent kann ich nochmal abziehen für den Wärmepumpenstrom. Bedeutet, ich gehe nochmal um 5,4 Cent runter. Und das bedeutet, mit dem Modul 2 und den Wälzungen der Netzentgelte lande ich bei einem Wärmepumpenstrom von 19,31 Cent. Und das ist für mich schon sehr ordentlicher Wert. Das ist nicht mal ein reiner Wärmepumpentarif, sondern das ist einfach nur der Tarif, den ich zahle, über die Regelung des Energiewirtschaftsgesetzes, Paragraf 14a und 19,31 Cent. Wir haben eine Jahresarbeitszahl in den letzten beiden Wintern von 3,8 gehabt. Das ist noch nicht mal berühmt, wie mir Experten bei YouTube zugestanden haben. Wir könnten locker bei über 4,5 sein mit ein paar Umbauten der Heizung. Mag sein, vielleicht probieren wir das nochmal aus. Auf jeden Fall 19,31 Cent, die ich für den Wärmepumpenstrom zahle. Und das mal, oder geteilt durch die Jahresarbeitszahl von 3,8. Und da müsste ich also dann dagegenstellen, einen Strompreis von 5,08 Cent. Ja, und den gibt es nun wirklich nicht mehr als Gaspreis. Und ich glaube, ich habe Strompreis gesagt, Gaspreis ist richtig. Und wenn ich jetzt mal in die Vergleichsportale reinschaue für unsere Region hier, man kommt mit Ach und Krach noch unter 10 Cent, zahlt dann aber auch ordentliche Grundgebühren als Neukunde. Das ist definitiv so. So, und jetzt wollen wir mal gucken, die Nebenkosten. Modul 2 fällt uns ja nicht in den Schoß, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Was brauche ich für Modul 2? Ich brauche einen zweiten Zähler. Bei uns im Zählerschrank ist kein Platz mehr. Wir müssten erweitern um einen halben Zählerschrank, 30 Zentimeter in der Breite. Und da liegen wir bei 850 Euro. Da habe ich schon ein Angebot vorliegen. Das habe ich durch 20 Jahre geteilt, weil ich alles bilanziell auf 20 Jahre mache. Und komme dann bei 51,5 Euro pro Jahr raus an Kosten dafür. Dann kommt der Messstellenbetrieb dazu. Nicht das Smart Meter Gateway selbst, das werden alle über kurz oder lang bekommen, aber die Messstellentechnik für die steuerbaren Verbraucher. Und da liegen wir bei 80 Euro im Jahr nochmal, die dazukommen. Und das macht gesamt 131,50 Euro, die ich Zusatzkosten pro Jahr habe. Und jetzt schauen wir mal, was kommt denn beim Gas noch dazu. Da haben wir einmal die Grundgebühr. Wie gesagt, teilweise echt horrend. Ich gehe jetzt mal einfach mal von 15 Euro pro Monat aus. Die spare ich mir ja, weil ich ja keine Gastherme mehr habe und kein Gastarif. Das sind 180 Euro, die ich schon mal im Jahr spare. Dann kommt der Schornsteinfeger dazu. Den rechne ich jetzt mal mit 35 Euro pro Jahr. Ich weiß, der muss bei neuen Gasthermen nicht jedes Jahr kommen. Aber 35 Euro würde ich da schon mal veranschlagen im Jahr. Dann kommen noch die Stromkosten dazu. Hä? Stromkosten bei der Gastherme? Ja, mit Luft und Liebe. Und Gas alleine läuft sie nicht. Sie hat eine Steuerung, sie hat Pumpen und das alles muss betrieben werden. Ich rechne hier mal 200 Kilowattstunden im Jahr. Bei unserer alten Gastherme war es fast das Doppelte, waren aber auch alte Pumpen verbaut. Und mit unserem Stromtarif komme ich dann auf ungefähr 55 Euro Stromkosten nochmal im Jahr. Das bedeutet gesamt 170 Euro Nebenkosten bei der Gastherme im Jahr gegenüber 131,50 Euro bei der Wärmepumpe. Ja, es waren jetzt wieder viele Zahlen, aber ich denke mal, sie sind nachvollziehbar. Es gibt ja auch Quellen für all diese Zahlen. Also ich sauge mir hier nichts aus den Fingern oder jonglier damit rum, um die Gastherme schlecht oder die Wärmepumpe gut stehen zu lassen. Aber das sind einfach die Fakten, die die Regulierung von Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium über die Gesetze und Regelungen uns einfach da bieten. Und so gesehen ist eine Wärmepumpe halt deutlich günstiger im Betrieb. Da kostet sie kaum die Hälfte der Kosten, die die Gastherme hat. Und so gleicht sie auch den Aufpreis, den sie trotz Förderung immer noch hat, auch deutlich aus über ihre Laufzeit. Und eins dürft ihr auch nicht vergessen, wer mir jetzt immer sagt, Gasthermen, ja, die laufen 30 Jahre, kein Problem. Nee, das tun sie nicht mehr. Wir haben 2024. In 20 Jahren wollen wir klimaneutral sein. Und das wollen nicht nur die Grünen, die SPD und, naja, in Teilen auch die FDP, sondern das will auch die CDU und das will auch das Bundesverfassungsgericht. Und über die Zukunft der Gasverteilnetze auf kommunaler Ebene haben wir ja gesprochen. Die haben keine große Zukunft mehr. Und das bedeutet, Gastherme 2045 finito, dann kommt nicht mehr der Habeck wahrscheinlich, vielleicht kommen seine vier Söhne, man weiß es nicht, und reißen dann die Gasthermen raus. Nein, Spaß beiseite. Aber Fakt ist einfach, wenn wir klimaneutral werden wollen bis 2045, dann wird das nicht mit Wasserstoff in der Gastherme funktionieren. Es wird auch nicht mit Biogas in der Gastherme funktionieren. So viel Fläche haben wir nicht, um Biogas zu erzeugen. Wenn wir die Flächen mit Photovoltaik belegen, dann haben wir davon einen wesentlich höheren Nutzen, weil wesentlich mehr Energie pro Quadratmeter erzeugt wird. Also die Gasthermen sind in ihrer Laufzeit, wenn sie jetzt neu eingebaut werden, auch auf 20 Jahre beschränkt. Und ich sage euch, ihr müsst euch ja beraten lassen, wenn ihr eine neue Gastherme haben wollt. Wenn euch das euer Berater nicht erzählt, dann fragt das bitte mal nach, was er dazu sagt. Und das würde mich dann auch mal interessieren, was er dazu sagt. Vielleicht hat ja jemand schon eine Beratung gehabt. Es wurden ja dieses Jahr auch wieder sehr viele Gasthermen eingebaut. Und dann musste so eine Beratung ja auch sein. Ich weiß, der Umstieg zur Wärmepumpe fällt vielen nicht so leicht. Ist bei mir selbst auch so. Ich habe auch mal so ein Gespräch geführt mit guten Freunden. Und am Ende war es dann doch die Gastherme, auch aus Gründen, die ich irgendwo nachvollziehen konnte. Aber trotzdem, die Warnung sei in den Raum gesprochen. Es gibt genug Faktoren, die für die Steigerung des Gaspreises sprechen. Das ist einfach logisch, das ist nachvollziehbar. Und es gibt genug Faktoren, die für die Wärmepumpe sprechen, was die Betriebskosten angeht. Ich habe es hier vorgerechnet. Also wenn ihr vor der Entscheidung steht, dann überlegt euch das gut und rechnet euch das nochmal aus. Holt euch auch anderswo nochmal eine Expertise ein. Aber dann fragt auch nach den Sachen, die ich hier im Video gesagt habe. Teilt das Video auch gerne, damit alle wirklich nicht in die Falle tappen. Auch die Verbraucherzentralen sagen, Gastherme, Vorsicht, Kostenfalle. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Abonniert auch den Kanal und drückt die Glocke. Dann kriegt ihr immer mit, wenn es was Neues gibt. Und es gibt ständig was Neues. Man glaubt es gar nicht. Und Instagram schaut auch rein, weil auch da berichten wir so ein paar Side-Stories schon mal, was nebenbei läuft, was nicht unbedingt ins Video kommt. Oder wir kündigen Sachen schon mal früher an. Deshalb seid ihr da auch immer gut informiert. Und in diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.